Im Baby-Glück, so gratulieren die Kardashians Kylia Jena. Ihre Familie ist überglücklich. Monatelang führte Kylia Jena, 20, alle an der Nase herum. Obwohl Fans und Medien schon lange über eine mögliche Schwangerschaft des Reality-TV-Stars spekulierten, gab es bis zuletzt keinen finalen Beweis. Den lieferte das Jena-Kardassian-Küken jetzt höchstpersönlich mit einem Instagram-Clip. Ihre berühmte Großfamilie ließ mit Glückwünschen via Sozialmedia nicht lange auf sich warten. Sie wussten natürlich alle Bescheid. Im Schwang-Video, das auf ihrem YouTube-Akko und postete, zeigte sich. Der gesamte Clan wurde von Anfang an eingeweiht und erlegte die Schwangerschaft bis hin zur Geburt mit der Familie in Jüngsten. Zur öffentlichen Bestätigung ihres Baby-Glücks teilten ihre Schwestern Chloe Kardashian, 33, Kendall Jena, 22, und Kim Kardashian, 37, eben dieses Video über glücklich inklusive Herzchen-Emojis via Twitter. Ich bin so aufgeregt und begeistert, ein weiteres Barbie-Gerl in unserer ewig wachsenden Familie willkommen zu heißen. Auch Chloe fand neben einem süßen, doppelten Baby-Bauch-Foto wundervolle Worte. Was für eine magische Reise es war. Ich werde es vermissen, mit dir zu beucheln. Niemals in einer Million Jahre habe ich gedacht, dass wir das zusammen erleben würden, aber das macht es noch besonderer. Mit der Bestätigung gab auch gleich den Grund für die lange Geheimhaltung preis. Sie wollte sich auf die Rolle als Mama so stressfrei und gesund wie möglich vorbereiten. Weil sie wusste, dass ihr Baby jeden Stress spüren würde, wollte sie ihre Schwangerschaft so privat wie möglich halten. Was haltet ihr von den Glückwünschen der Kardashian-Jeners? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab. Was haltet ihr von den Glückwünschen der Kardashian-Jeners? Total süß.Nicht persönlich genug. Bis zum nächsten Mal.